13,35 für Barretto an den Ringen, bedingt durch das Absitzen am Ende der Ringeübung. Der dritte Japaner trompt etwas mehr mit Hüftwinkel wie die anderen, aber bis jetzt sieht das auch sehr, sehr sicher aus. Und schon ist er durch. Dritte Übung durch. Die deutsche Mannschaft ist gefordert. Lukas Bittencourt, der dritte und letzte Turner für Barretto.